So und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Runde The Hunter Corps soweit. Wir sind heute in Reventuli Coast unterwegs auf der neuen Map. Ich gehe so ein bisschen auf Elche heute, weil ich ja gehört habe, der neue Great One soll ein Elch sein. Also den gibt es jetzt zwar noch nicht, aber ich gehe so ein bisschen Elche jagen üben sozusagen. Ich gucke so ein bisschen, farm die Trinkspots ab. Falls ihr noch mal wissen wollt, was alles in dem neuen Update drin ist, was da kommt oder sowas, der gute Shifty hat dazu ein sehr, sehr schönes Video gemacht. Ich verlinke euch das in der Videobeschreibung. Und ja, damit let's go. Ich versuche es. Ich kenne die Elche, aber irgendwie sind hier auch keine guten. Ja, also irgendwie weiß ich nicht. Irgendwie ist das Ziel ein Buggy gerade. Weil das bringt mir ja nichts. Der Elch ist ja nicht... Doch, der ist 190 Meter entfernt. Eben stand da noch 700. Okay. So, der dürfte gesessen haben. So, schöner silberner Elch. 115 Punkte. Da haben wir einen Dreier. Der ist nervös. Da hinten ist auch ein Dreier. Da liegt noch einer. Okay, okay, okay. Habe ich den doch getroffen, Leute? Gut zu wissen. Also, das müsste, glaube ich, der sein, auf den ich zuerst geschossen habe. Oder? 231 Meter. Ich glaube... Ja, das muss der sein. Das muss der sein. Aber den habe ich auf jeden Fall auch gut getroffen. Single Lunge zwar nur, aber... 159 Silber. 103er. Auch Silber. 157. 175. Mann, warum lese ich das immer falsch? Keine Ahnung. Doppel Lunge. Sehr schöner Schuss. Sehr schönes Tier. So. 168. Silberner Bock. Single Lunge. Darum ist er noch so weit gelaufen. Aber Blutungsgrad Mittel. Also, er hat auf jeden Fall... Der wollte... Der wollte nicht sterben. Keine guten Elch unterwegs sind in Finnland heute. Würde mich ja schon über einen Gold-Elch freuen. Aber ein DIA wäre halt mal so... Das wäre halt richtig was für die Sammlung. Habe ich noch nicht. Das müssen wir ändern. Auch nur Silber. 163,6. Dafür schöne Doppel Lunge. Ist auch nur Silber. 89,9. Kleiner, süßer Elch. Das ist schon wachsam. Warum? Ich habe... Von vorne Wind. Digga. Was ist hier los? Spann dich mal ein bisschen. Ah! Die Waffe ist hochgezogen. In dem Moment habe ich die Luft verloren. Und die Waffe ging hoch. Ach, da hängt er am Baum. Lol, da hängt er am Baum. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Okay. Goldener Elch. 204,88. Schön. Doppel Lunge. Schönes Ding. Schöner Herztreffer. Kleiner Silberner Elch. 116,2. Wollen wir noch ein Dreier? Da hinten ist eine... ...Platze. Man verpasst sich schon. Ist der... Können die verstreckt werden durch eine Katze? Oder war ich das jetzt? Ne, das war ich nicht. Da ist der Vierer. Vielleicht kommen die doch noch mal hier runter. Das muss man jetzt beobachten. Also die... Die Kuh ist auf jeden Fall hier runtergekommen. Aber die werden jetzt alle verschreckt durch den Luchs. Macht mich nicht unglücklich. Luchs, verpiss dich doch mal. Ich hab den getroffen. Und er ist tot. Boah. Noll. Sehr gut. Jetzt weiß ich trotzdem nicht, ob die noch mal kommen. Ja, 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 ja. Ich hab nur darauf gewartet, dass einer den Luchs erschießt. Ich muss ganz ehrlich gestehen, dass ich die auch wirklich meistens beim Elch, weil der auch diesen Wulst hier vorher noch mal so hat, dass ich da meistens ein Herztreffer nur lande, wenn der Spitz vor mir steht. Wenn der Spitz steht, dann kann ich den richtig schön... Ihr wisst, was ich meine. Aber sonst so jetzt hier... Bronzenes Weibchen. Ja, die musste ich jetzt schießen, weil die hat mir die ganzen Elche verjagt. Ah, der... Also, der könnte schon größer sein als der Elch, den ich da damals hatte. Gold. 149,6. Ich glaube, mein größter bis jetzt hatte 160. 149,8. Diamant ist ab 100, äh, ab 100, sage ich schon. 200, mein Gott. 249. Und mein größter hatte 260. Und die ist ab 275. Single Lunge. Ja. Falls ihr euch die Abschlüsse aus den Streams oder den Videos noch mal anschauen wollt, ist der Link für meinen Discord unten in der Videobeschreibung. Und im Channel Erlegtes poste ich alle meine Abschlüsse aus den Videos oder den Streams. Und im Channel Erlegtes Community dürft ihr gerne eure Abschlüsse reinposten, ne? Was ihr so geschossen habt aus Way of the Hunter, aus The Hunter, aus dem alten The Hunter. Äh, egal. Wir schauen uns an. Und, äh, ich freue mich auf euch. Ach, Mann, der hing. Der ist rumgebarkt hier. Hattest du das gesehen? Der hing an dem Baum fest. Ey, Schülus. Maximus. Bist du hier wirklich alleine? Dafür bin ich jetzt hier herangeschlichen. Mann. Nein. Weißt du nicht. Alter. Habt ihr jetzt gesehen, wie er gedodged ist? Wie er dodgen musste? Ich hab ja gesagt, ich treff die immer meistens, äh, nur ins Herz, wenn ich die wirklich spitz treffe. Wenn die spitz zu mir stehen. Doch, Gold. 196. Gerade so. Loy. Aber direkt in sein dickes Herz rein. Schön. Silber 133,4. Ja. Zinge Lunge. Knapp am Herz vorbei. Schade. So. Silber 151,4. Doppel Lunge. Herz. Doch von der Seite getroffen. Ah, ja. Naja. Also es wird auch immer so ein bisschen protected von den Knochen, ne? Aber ich hab's ja getroffen. War wahrscheinlich nur, äh, so ein Lucky-Treffer. Ein Glückstreffer. Ein goldener Braunbär. 25,14 ab. 27,7 ist Diamant. Schönes Tier. Ah, droppt nicht. Ah, hier ist sie doch. Eine goldene Gans. 2,8. Schön. Top. Silber 176,4. Schön von hinten die Single-Lunge rein. So. Kleiner, zarter Dreier-Elch. In Silber. 117,7. Ja. Lunge noch angekratzt. Sonst wär's ein Rollstuhl-Treffer gewesen. Sehr gut, danke. Nicht schlecht, nicht schlecht. Verspecht. Blötscher Luchs. Blötscher Luchs. Komm schon, komm schon, komm schon. Nein. Nachladen, nachladen, nachladen. Deine, nachladen, nachladen. Der saß auch nicht. Doch, der saß. Ich will nur wissen, wie gut du bist. Das ist ein schwergoldener Bär. Ich will nur Goldbär. Egal. Goldener Lux. 26, 1, 6. 27 ist Diamant. Fast Diamant. 15, 1, 6. 80,8. Ab ins Herz. Top. Ja, dann nehmen wir noch den Bären raus. Hä? Hä? Geht doch. Mich verarschen. Es wollte mich verarschen, das Huhn. Was ist da los? Silber, 350, 190 Gold. Auf jeden Fall habe ich es in der Luft geschossen. Nee, kein Herz ist auf was hingelungen, aber 154 Silber. Auch gut. So ab zum Bären. Perfekt. Perfekt. Nächsten Bären. So, er ist auf jeden Fall erstmal Gold. 25,94 Single Lunge. Schön. Und den anderen habe ich jetzt gar nicht gescannt. Ich habe den nur gesehen, wie er sich aufgestellt hat und dachte mir, da musst du jetzt reinfeuern. Das geht gar nicht anders. Das ist wahrscheinlich nur ein Weibchen. Oder ein Diabronbär. Der ist gerade hoch. Silberner, silbernes Weibchen. Doppelung. 19,53. Ja. Warum nicht? So, das war es auch schon wieder mit dieser kleinen, aber feinen Folge der Hunter-Kurse weit. Heute ein bisschen auf Elchi gegangen. Mein natürlicher Feind, der Elch. Und leider nur Dreier irgendwie gesehen. Zwei Vierer, Drei Vierer, Vier Vierer, so ungefähr. Aber ich habe, glaube ich, nur einen davon geschossen. Ja. Was soll ich sagen? Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich wünsche euch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Macht's gut und bis dann. Ciao. Bis zum nächsten Mal.